Herr Sensenbrink, die Eintrachtwurten unseres Senders befinden sich in nicht messbaren Borei. Die Wärmeinnahmen tendieren gegen Mund. Die Liquidität unseres Senders... Ja, aber das kommt mit der Witzigen, ich schau schon mal, das wäre in Ordnung. Wir senden krass Alter ab sofort fünfmal die Woche. Herr Sensenbrink, Witzig, Mann, 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 W Nein, Schelo. Und Nils. Was erlauben Sie sich? Krass, Alter gibt es nicht mehr. Diese Show habe ich entledigt. Ihr seid ein Haus, wo Sie das abhören. Wie soll ich denn so einen Sender führen, wenn Ihr mich alles abhören? Aus. Aus. Kleines Licht. Können wir den Hitler wieder einbauen? Dem Hitler können die Leute einfach nicht lange böse sein. Und selbst die, die ihn hassen, kaufen sich ein neues Buch. Einfach um zu lesen, was er jetzt wieder Krasses macht. Was kann man denn machen? Das ist unhaltbar. Das Buch, der kauft sich wie geschnittenes Brot. Die arbeiten schon unter Verfehlung. Müssen uns beteiligen. Hallo, Sie von ihm auch gegen Hitler? Natürlich. Oder war ich ja noch nicht Geschäftsführer. Ja. 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 Ja.